Und der Einladung komme ich gerne nach. Ich teste hier im Renault-Zentrum Köln den neuen Renault Captur. Er ist noch kompakter als ein VW Golf und sollte dem zuletzt angeschlagenen französischen Automobilhersteller helfen, wieder die Verkaufszahlen einzukurbeln. Und ob ihm das heute gelingen kann, das schaue ich mir jetzt an. Renault möchte hier beim Captur vor allen Dingen durch den Einstiegspreis punkten. Deswegen wird grundsätzlich auf die Möglichkeit eines Allradantriebes verzichtet. Das mag aber auch daran liegen, dass auf der Clio Basis, auf dem der Captur ja läuft, gar kein Platz ist, um diese einzubauen. Hier im Renault Captur begrüßt uns weitestgehend das Renault Clio Cockpit. Das heißt, wir haben hier eine sehr aufgeräumte Optik und ein Lenkrad, was sich gut in der Hand anfühlt. Renault hat sich dafür was Neues beim Handschuhfach ausgedacht. Das öffnet sich nicht mehr nach unten, sondern ist eine Schublade. Hier muss dann der Beifahrer allerdings gucken, wie er seine Beine stellt, damit die nicht im Weg sind. Ein netter Nebeneffekt ist es allerdings, dass wir hier 11 Liter Volumen drin haben und unsere Getränke kühl halten können. Die Rückbank hier hinten lässt sich um 16 cm in der Längsachse verstellen, sodass eigentlich immer genug Beinfreiheit vorhanden sein sollte. Braucht man den Platz hier hinten nicht, erweitert sich der Kofferraum von 377 Litern auf 455. Klappt man die Sitze um, erweitert sich der Kofferraum auf 1235 Liter. Dank dem variablen Zwischenboden erreichen wir auch so eine fast ebene Ladefläche. Renault stellt mit dem Captur ein sehr brauchbares Kleinwagen-SUV auf die Räder. Tendenziell sollte man allerdings den kleinsten Benzinmotor lieber außer Acht lassen, denn mit ihm fühlt man sich leider sonst ständig untermotorisiert. Zur Markteinführung gibt es allerdings noch zwei weitere Motoren und da sollte dann auf jeden Fall etwas dabei sein, was den eigenen Geschmack am besten trifft. Familien mit dem Kofferraum Vielen Dank.